Die Jawas von Star Wars erscheinen auf der Vivi-App als Collectibles. Außerdem drop Marvel, weitere Comics und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten bevorstehenden, sehr coolen Stream an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja Leute, es ist drei Jahre her, da wurde dieser Channel hier eröffnet und es ist Wahnsinn, was in dieser Zeit alles passiert ist. Wir sind knapp jetzt bei 1000 Leuten, die hier auf diesem Kanal folgen und ja, insgesamt haben wir über 123.000 Views hier auf diesem Channel generiert. Und ich muss einfach wirklich ein ganz, ganz großes Danke sagen an jeden Einzelnen, der mich hier auf dieser Reise bisher unterstützt hat. Drei Jahre sind wirklich schon etwas enorm Langes und mir kommt es persönlich häufig nie so vor, als wenn es drei Jahre schon gewesen wären. Insgesamt 670 Videos, 197 Streams und 32 Short-Videos und das alles in drei Jahren. Also ihr merkt auf jeden Fall, es ist eine Menge, Menge passiert. Natürlich in den letzten Monaten einfach, wo weniger los war, kam auch ein bisschen weniger. Dennoch versuche ich natürlich immer noch für euch da dran zu bleiben und natürlich für euch Content bereitzustellen, das Gesamt zusammenzufassen etc. Deswegen wirklich ein großes, großes Danke an jeden Einzelnen, der hier mich auf der Reise unterstützt hat. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich veranstalte auch zu den 1000 Abonnenten jetzt auf meinem Kanal hier ein Giveaway. Beziehungsweise wenn die 1000 Abonnenten erreicht werden, dann werde ich ein Giveaway starten. Und zwar werde ich dieses Comic hier verlosen. Das ist mit der First Appearance auf Spider-Bar, einem Charakter, der gegebenenfalls in Zukunft wirklich enorm an Relevanz gewinnen könnte. Und eine 9.8 ist auf jeden Fall hier schon mal ganz nett. Das Ganze ist auch so eine Special-Cover. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt diesen Kanal, dann macht es jetzt auf jeden Fall. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch die Chance, wenn ich dann das Giveaway mache, hier auch dran teilzunehmen. Und jetzt würde ich aber sagen, genug gelabert, starten wir den richtigen Teil des Videos rein. Kommen wir zum nächsten Livestream direkt. Und zwar nämlich schon heute, also am Mittwoch um 20.30 Uhr deutscher Zeit, zusammen mit dem guten alten Vivimeister. Dieser ist jetzt auch mal bei mir zu Gast und es wird noch einen Überraschungsgast geben, dazu aber später mehr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr heute Abend am Start sein würdet. Ich würde sagen, ab zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist ein Drop, der auch schon heute stattgefunden hat. Ich wollte ihn trotzdem mal ganz kurz angesprochen haben. Und zwar war das nämlich hier ein Breadcat, The Fishes Underworld Drop. Und wir haben hier wieder Fishes bekommen. Diese Fische sind hier interaktiv. Der Drop war hier bei 30 Gems pro Collectible. Und hier für die Common waren es 500 Editions. Ansonsten haben wir noch eine Uncommon. Diese hatte 425 Editions. Und anschließend haben wir noch eine weitere Edition, die 325 hatte. Die Rare. Wir hatten noch eine weitere natürlich. Und zwar die Ultra Rare mit 269 Editions. Und hier unten noch als letztes dann ein Collectible, was man als Airdrop bekommen kann. Und das Coole hier ist, man muss im Prinzip das gesamte Set halten. Also die Common, Uncommon, Rare und Ultra Rare bis zum 14. August. Und dann wird auf jeden Fall hier, wann das Collectible am 19. August geairdroppt bekommen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Tatsächlich das Ganze kostet auch nichts. Bekommt man einfach so gedroppt. Finde ich eine coole Idee, muss man sagen. Und ich denke für den anderen, der das mitgenommen hat, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Kommen wir zum nächsten Marvel Comic Drop. Und zwar nämlich schon morgen am 1. August um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das gesamte hier wird der Amazing Spider-Man Hashtag 9 sein. Und das Spannende hier ist, das ist die First Appearance of the Spider-Wars. Also auch hier auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spannendes. Wo auch zum Beispiel der Spider-Boy, was ich eben vorgestellt habe, aus dem Comic mit dabei ist. Ich würde sagen, wir schauen uns das gesamte mal an. Wir haben natürlich wie immer 5 Cover mit dabei. Und hier auf jeden Fall wieder ein Scotty Young ist das glaube ich. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und wir haben hier natürlich auch noch eine Secret-Rail. Finde ich persönlich jetzt nicht so mega gut. Aber insgesamt der Listenpreis hier bei 7 Dollar. Wir haben hier natürlich eine Editionzahl von 5000 Stück. Und es ist tatsächlich auch hier nicht nur die First Appearance of the Spider-Wars. Sondern wenn wir hier auch mal die Go-Collect-Daten schauen. Natürlich auch eine Menge Spider-Mans, die alternativ sind. Wie zum Beispiel den Ben Reilly haben wir jetzt First Appearance Captain Universe. Cameo Appearance of Captain Spider. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Menge, Menge First Appearance beziehungsweise Cameo Appearance mit dabei. Das macht sich nicht so ganz im Preis bemerkbar, wie man hier sieht. Bei einer 9.8 gerade mal 120 Dollar, aber auch gerade ziemlich wenig Grades in dem Bereich. Also ja, insgesamt ist es kein mega starkes Comic. Könnte natürlich aber zukünftig, wenn es Spider-Verse deutlich mehr Relevanz bekommen sollte, auf jeden Fall interessant werden. Für mich persönlich ist das aber trotzdem ein Job, den ich nicht mitnehmen werde. Kommen wir zum nächsten Disney-Comic. Und das ist mal wieder auch hier ein Donald Duck Comic. Und zwar nämlich Donald the Champion. Und das Ganze natürlich auch relativ passend jetzt aktuell zu den Olympischen Spielen. Und wir werden das gesamte Comic hier am 2. August, das heißt am Freitag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit, sehen. Das Ganze natürlich hier immer noch mit 5 Covern, so wie immer. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass das hier auch passend jetzt gedroppt wird. Die Secret Draft finde ich tatsächlich in einem coolen Stil sogar gemacht, auch wenn sie sich sonderlich aufwendig aussieht. Aber finde ich auf jeden Fall eine witzige Art, einen Comic zu gestalten. Hier haben wir ansonsten auch noch mal einige Zusammenfassungen zu den Covern. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich packe euch unten den Artikel in die Videobeschreibung. Wir haben einen Listenpreis von 7 Dollar und natürlich wie immer noch eine Edition Size von 5000 Stück. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall kein Comic, das ich mitnehmen werde, einfach weil wir hier erstmal gar keine Collect-Daten haben und dementsprechend keinen Preis ausmachen können. Plus die Comics in Vergangenheit nicht sonderlich gut gegangen sind und daher vielleicht für den einen oder anderen, der das gerne liest, auf jeden Fall interessant. Ansonsten ist es für mich auf jeden Fall sehr uninteressant. Kommen wir zu dem nächsten Collectable, was schon am 3. August droppen wird und zwar nämlich die Jawas. Und das ist natürlich äußerst passend auch zu dem Sandcrawler, der ja schon auf der VB-App ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die jetzt hier auch kommen. Und ich persönlich habe mir mit dem Announcement auch direkt einen Sandcrawler geholt, weil ich vermute, dass hier gegebenenfalls sogar dem nächsten Burn stattfinden wird. Und ich glaube, es sind momentan nur 400 Sandcrawler oder so überhaupt im Umlauf. Also wirklich extrem, extrem wenig. Ich glaube, 2.100 sind noch verfügbar. Also falls ihr das auf jeden Fall mitnehmen wollt, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist auch bei mir nur reine Spekulation, dass der geburnt wird. Aber wenn der natürlich geburnt wird, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr scaryes Collectable. Schauen wir uns jetzt aber diesen Drop an am 3. August um 17.00 Uhr, deutsche Zeit, am Samstag. Wir sehen hier natürlich an dieser Stelle eine Kammen. Und was ich sehr, sehr schön finde, hier auch wieder wie bei den Stormtroopern, wir sehen hier einen Listenpreis, der wirklich moderat ist. Und es war nämlich bei 10 Dollar plus eine relativ hohe Auflage von 8888 Stück. Es ist natürlich eine First Appearance. Und das muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut auch hier wieder bei Star Wars, dass sie sich dafür entschieden haben, wirklich einen ordentlichen Listenpreis zu machen. Dafür aber auch relativ viele Editions. Man kann hier natürlich fast eine Java-Armee dann machen. Aber ja, ist, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten haben wir hier noch eine Rare mit 5.555 Editions. Auch hier 10 Dollar Listenpreis. Und dann haben wir natürlich auch noch den letzten Java mit einer Edition von 222 Stück. Ich persönlich hätte mir hier auf jeden Fall eine Animation gewünscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Finde ich ein bisschen schade, aber dennoch ist es auf jeden Fall ein cooler Drop, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde, weil es halt einfach die Javas sind. Vielleicht kaufe ich mir aber auch später nochmal auf dem Markt ein bisschen mehr dann einfach ein für das Geld. Weil ich glaube, viele werden das unter dem Droppreis definitiv verkaufen, weil die den Gamble hier mitnehmen wollen auf den Java 02. Aber dennoch auf jeden Fall ein cooler Drop. Kommen wir zu einer sehr traurigen Nachricht und zwar nämlich zur App Vault Value. Diese wurde tatsächlich jetzt komplett runtergefahren. Der Grund sind einfach die Daten, die fehlen. Und dementsprechend muss die App jetzt hier schließen. Ist natürlich schade. Ich fand es auf jeden Fall auch teilweise eine sehr hilfreiche App. Aber dennoch, ja, Stacker rüstet ja momentan extrem auf und wird das, denke ich, hier langfristig sehr gut abfedern können. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn euch das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von euch unter dem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.